Patience and Empathy. Ich will auf jeden Fall lernen und wachsen und das kann ich bei Adnobum. Because Adnobum feels like a big family. Man bekommt da recht viele Möglichkeiten rüber, um zu sagen, hey, das finde ich mega spannend, will ich mich weiterbilden, dann kann man das auch machen. Indem sie mich fordert dort, wo ich schon gut bin und mich aber auch fördert in Bereichen, wo ich noch dazulernen kann. Ich bin froh, ich arbeite hier, ich arbeite hier, die Kollegen sind cool, die Stadt ist cool. Wir haben ravioli am Mittagessen, das ist genial.